Ja, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar zum Thema S&P Pricing for Profit, einfache Preisverwaltung im SAP-System. Ja, mein Name ist Frederik Priester, ich bin der heutige Moderator des Webinars an meiner Seite und ja, mein Kollege, der Sie durch die Präsentation heute führen wird, Ihr Experte für das Webinar, Herr Olechnow. Ich möchte ganz kurz vielleicht zum Ablauf des Webinars ein paar Worte sagen. Wir haben heute ja circa 30 bis 45 Minuten eingeplant für das Webinar, sprich die Folien und auch unsere Aufzeichnung des Webinars werden wir Ihnen im Nachgang per E-Mail zusenden. Falls Sie also hier im Nachgang auch noch die eine oder andere Frage haben sollten, haben wir auch auf der rechten Seite einmal eine E-Mail und auch eine Telefonnummer für Sie eingeblendet, über die Sie uns dann natürlich auch im Nachgang erreichen können. Sie können allerdings auch bereits während unserer Präsentation Ihre Fragen über unsere Frage-Chat-Konsole händisch eingeben. Diese Fragen werden wir Ihnen dann auch im Nachgang beantworten via E-Mail und da bekommen Sie auch in den nächsten ein bis zwei Tagen Antwort. Bevor wir direkt in das Hauptthema einsteigen, heute möchte ich ganz kurz ein paar Fakten in Bezug auf die S&P selbst geben. Also unser Kerngeschäft der S&P liegt vorrangig in der Transformation von SAP-zentrierten IT-Umgebungen. Also wir unterscheiden hier, wie Sie sehen können, einmal zwischen betriebswirtschaftlichen Kunden, die zu Veränderungen in IT-Landschaften führen können, zum anderen auch IT-getriebene beziehungsweise technische Ursachen, die eine Rolle spielen können hier. Sprich, wenn wir uns mal die betriebswirtschaftlichen Gründe anschauen, das können beispielsweise Fusionen oder Zukäufe, Ausgründungen, Verkäufe oder aber auch generelle Umstrukturierungen innerhalb von Unternehmen sein. Oder wenn man sich die technische Sicht anschaut, IT-Transformationen, beispielsweise Konsolidierungen, Harmonisierungen oder im Hinblick jetzt auch auf die neuen Technologien, das Thema beispielsweise S4HANA oder HANA als Datenbank. Was uns natürlich hier von anderen Teilnehmern in dem Segment stark unterscheidet, ist die Tatsache, dass wir das Ganze eben softwaregestützt betreiben, sprich wir hier neben Beratungshaus auch Softwareentwickler sind, hierfür auch eine eigene Software ins Leben gerufen haben, den S&P Transformation Backbone, der uns eben bei solchen Projektarten im Wesentlichen unterstützt und das Ganze standardisierter, schneller und natürlich auch einiges Risikominimierter gestalten lässt. Ja, noch einen kurzen Blick vielleicht auf die Weltkarte. Wie sind wir aufgestellt? Wir kommen ursprünglich aus der DACH-Region, also Deutschland, Österreich und Schweiz. Unsere Headquarters sind auch hier in Deutschland in Heidelberg gelegen. Wir haben uns hier natürlich in den letzten Jahren sehr stark vergrößert, wie Sie sehen können, sind mittlerweile mehr als 1.350 Mitarbeiter, komplett auf der ganzen Welt verteilt. Das hat natürlich einen großen Vorteil, dass wir eben unsere Kunden über mehrere Zeitzonen hinweg eben auch betreuen können. Ja, noch einen kurzen Blick auf die Entwicklung der S&P. Ich hatte es eben ja kurz angerissen. Wir haben uns in den letzten Jahren stark vergrößert, wie Sie sehen können. Das sieht man natürlich anhand der Mitarbeiter, wie auch an den Umsatzzahlen. Hier zeigt natürlich die Kurve stark nach oben. Das freut uns natürlich zum einen. Zum anderen ist es auch eine gute Reflexion des Marktumfeldes, dass wir eben die Dinge, die wir tun, so richtig angehen. Und es soll es eigentlich auch schon so weit von meiner Seite gewesen sein, von meiner kurzen Vorstellung zur S&P und würde dann auch schon abgeben an meinen Kollegen, Herr Lechnow, der sie durch den Rest und den Hauptpart des Webinars führen wird. Danke. Dein Bildschirm müsste jetzt gleich zu sehen sein und du bist auch zu hören. Hallo, ich heiße Mathieu Lechnow, ich arbeite als SAP Vertriebberater bei S&P und ich wollte unsere neue Version von unserem Produkt Pricing for Profit über heute sagen und zusammen mit einem Live-Demo. So, zuerst fangen wir an mit Problemen mit Pricing in SAP. Die Benutzer, die jeden Tag tagtäglich mit SAP und Pricing arbeiten, haben viele Probleme. Da sind einige von denen. Zum Beispiel haben wir hier nicht transparente Preisbearbeitung und Preisdarstellung in SAP. Wir können die Simulation von Transaktionspreisen nicht machen. Oder sehr nur eine Preiskondition auf einmal. Wir haben kein Trucking von Änderungen in Transaktionspreisen im Laufe der Zeit. Wir haben kein Werkzeug für mehr stufige Genehmigung von Preisänderungen. SAP unterstützt keine Workflow. Wir haben auch kein Werkzeug, wenn es um Massenpreisänderungen geht. Das ist inklusiver Transaktionspreis. Wir haben keine Preiskonditionen und Transaktionspreisextraktor. Und wir wissen nicht, wie die Preiskonditionen im Laufe der Zeit ändern. Und wir haben kein intuitiver Bericht über Preiskonditionen und Transaktionspreise. Auch im Laufe der Zeit. Wie die Benutzer es jetzt schaffen mit Standard-SAP-Funktionalität. So, die Bearbeitung der Preiskonditionen erfolgt durch sogenannten Transaktionen. Wobei wir in der ersten Phase festlegen müssen, mit welcher Preiskondition wir arbeiten wollen. Hier an dem Beispiel haben wir die Preiskondition BA0. Und wir können nur diese eine auswählen. Zum Beispiel einen Preis oder irgendeine Art von Rabatt. Also, erst einmal sehen wir nur eine einzige Preiskondition. Zweitens kann der Wert einer solchen Preiskondition auf mehrere Ebenen, hier sehen wir drei Ebenen, die sogenannten Zugriffsschlüssel platziert werden. So, die Zugriffsschlüssel können sehr detailliert sein. Zum Beispiel, erst einmal ein bisschen Kunde und Artikel mit Freigemestatus. Oder auch allgemeiner wie Warengruppe. Ein Rabatt oder ein Preis kann bei zwölf oder sogar zwanzig verschiedenen Zugriffsschlüssel definiert werden. Und insbesondere werden Rabatte auf allgemeineren Schlüssel angegeben. Und dann Benutzer entscheiden, auf welcher Ebene sie den Preis für das Material suchen wollen. Sie sind aber nicht in der Lage, auf eine einfache Art und Weise zu prüfen, bei welcher Zugriffsschlüssel der Preis eingegeben worden ist. So, sie können entweder zufällig oder nach ihren geschäftlichen Kenntnissen suchen. Und der Benutzer wählt die Schlüsselkombination mit Artikel- und Freigemestatus in unserem Beispiel, der der Preis für ein bestimmtes Material ist und ausgewählten spezifischen Konditionen und Tabelle in der Zugriffsfolge. Dort können wir einzelne Preiskonditionen durchsuchen. Das ist wichtig, aber im zweiten Bildschirm müssen wir wählen, für welches Datum wir die Preiskonditionen überprüfen wollen. So, hier in dem Beispiel haben wir den 16. Februar 2017. Und dann tief in Details, auf dem vierten Bildschirm können wir eine Vorschau des Preises für eine bestimmte eine Preiskondition sehen. Und ob es sich im Laufe der Zeit ändert oder nicht, um Gültigkeitsdaten. Aber wie ich schon sagte, ist es ziemlich kompliziert und man muss durch vier Bildschirme gehen, um diese Informationen für einen einzelnen Preiskonditionen lesen zu können. Und darüber hinaus gibt es keine Funktionalität, die es uns ermöglicht würde, Preiskonditionen in einer externen Datei zu exportieren. Es gibt nur sogenannte Preislisten, die die Extraktion von Preiskonditionen für eine bestimmte Tabelle erlauben, wo nur eine Preiskondition und eine Schlüsselkombination ist. Aber um zu sagen, wie hoch ist der Transaktionspreis in einem bestimmten Zeitraum oder wie er sich im Laufe der Zeit ändert, müssen wir irgendwie diese Dateien in einem externen Tool verarbeiten. Und in unserem Beispiel, wo wir den Preis PA0 und drei Zugriff-Folgetabellen haben, die Preiskonditionswerte speichern können, müssten wir jeder dieser Tabellen in einer Datei exportieren und manuell nach jedem Material überprüfen, in welcher Tabelle der Preis in einem bestimmten Zeitraum gespeichert wird. Oder mit Excel oder externen Tools analysieren. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Grundmerkmale, die definieren, wie wir mit der Preisfindung in SAP arbeiten, sind folgende und wir sehen zu einem bestimmten Zeitpunkt nur einen einzigen Preiskondition. In der Übereinstimmung wird einen bestimmten Zugriffsschlüssel zu einem einzigen Datum, ohne die Möglichkeit, die Ergebnisse kollektiv zu exportieren, zu einer externen Datei. Also warum S&P und unser Tool wählen? Erstens haben wir ein Team von erfahrenen Fachleuten, die eine Reihe von Projekten im Bereich der Preisfindung für viele Kunden bewalteten und weiterhin bewalten, die in verschiedenen Technologien erklimatisiert wurden, einschließlich der Verwendung von zuvor präsentierten Simulationstechniken und Preiskonditionen durch fiktiven technischen Kundenauftrag. Und auf diese Erfahrungen basierend wissen wir, dass solche Lösungen identifizierend sind und damit die Erwartungen der Kunden nicht erfüllt werden. Weil die Extraktion der Preiskondition und die Berechnung der Transaktionspreise zu lange dauert. Es dauert ein oder mehrere Tage, um Grundpreislisten zu extrahieren, was in den geschäftlichen Anforderungen der meisten Kunden nicht erfüllt. Aus diesem Grund haben wir einen Originalalgorithmus für die Suche und Konvertierung von Tabellen aus den Preiskonditionen entwickelt und basierend auf diesem Algorithmus werden wir Lösungen für Kunden. Wir haben eine solche Lösung implementiert, führten wir einen Performance-Test durch und bestätigten, dass dieser Algorithmus auch sehr große Mengen der Preise bearbeiten kann. Wir reden über Hunderttausende von Preiskonditionen und wir bieten keine Boxlösung an. Bei unserem Algorithmus, der die Berechnungsmaschine ist, wir passen ihn an einem bestimmten Kunden für seine eigenen Kalkulationsschemen seine Bedürfnisse an, welche Dateien, welche Preiskonditionen und wie sie extrahiert werden sollen. Wir haben das Produkt zur Unterstützung von SAP Workflow und einer erweiterten Preisgenehmigungsrichtlinie gemäß dem 4-Augen-Prinzip erweitert. So, was enthält die neueste Version von Pricing for Profit? Wir haben ein zentrales Cockpit für das Preismanagement eingebaut und diese Version offenbar enthält alle Vorteile der vergangenen Version sowie eine Reihe neuer Funktionen, Verbesserungen und zusätzliche Tools. So, hier auf dieser Folie sehen wir, wie das zentrale Cockpit aussieht. Das ist der Bildschirm auf der linken Seite. Weiter haben wir die Preissimulation, Transaktionspreissimulation, auch wie Workflow aussieht, aus dem Business Workplace und das sind die Protokolle und Änderungsberichte. Wir werden das auch alles live in einem Moment anschauen. So, einige Funktionen der neuen Version. Wie ich gerade erwähnt habe, haben wir das zentrale Cockpit, das sogenannte All-in-One. Das ist eine Version des Cockpits zur Erstellung von Preisänderungsszenarien, Preismanagement und Transaktionspreissimulationen. Wir können arbeiten mit mehreren Szenarien für die Planung von Preisen und vielen benutzerdefinierten Aspekten und möglichen Geschäftsfällen. Wir können die Transaktionspreise simulieren und die Auswirkungen von Preisänderungen, die von Benutzer vorgeschlagen werden und auch den endgültigen Transaktionspreis, die vollständig anpassbare Kalkulationsschema und die SAP-Standard-Funktionalität von ALV-Greep. Wir haben auch die Sicherheit von Simulationen und Änderungsvorschlägen ohne das Risiko sämtliche Änderungen der Systempreise. Was ist auch sehr wichtig, Änderung in realen Systempreislisten ist nur möglich nach Genehmigung durch autorisierte Personen. Wir haben auch dynamische Selektionsbilder, die jegliche Datenrestriktion sowohl für Preisänderung, Aktualisierung als auch für den Simulationsumfang zulassen. Gehen wir weiter mit weiteren Funktionen. Das ist eine flexible Lösung. Das Tool kann auf jeden Fall personalisiert und an die bestehende Systemkonfiguration auf Kundenseite angepasst werden. Wir bieten definierbare Detail-Layouts, Wissenformulare, Unterstützung der kundenspezifischen Lösungen an. Das Produkt bietet auch definierbare Konfiguration von Berechtigungen in jeder Phase des Anwendungsbetriebs und auf der Ebene von Berechtigungsobjekten und vollständig definierbaren Akzeptanzstufen. Das ist kompatibel mit Genehmigung mit Vier-Augen-Prinzip und diese Lösung kooperiert mit SAP Workflow und wird angepasst an den Charakter des Unternehmens. Das Produkt bietet auch volle Unterstützung für Massenänderungen und Genehmigung neue Preislisten in benutzerdefinierten Daten und die Anwendung ist in zwei Sprachversionen verfügbar. Deutsch und Englisch. Das ist ein Überblick, wie eigentlich die Lösung funktioniert. Wir können sagen, dass wir zwei Submodule haben, Preising Condition Manager, und wenn wir, das heißt, Massenpreisänderungen für eine bestimmte Politik der festen Änderung, das heißt, wir wissen schon im Voraus, welche Preispolitik unsere Firma geplant hat und periodische Preisänderungen und das zweite Submodul, Transaktion Preis Manager, ist ein Tool für Planung, wenn wir noch nicht sicher sind, welche Preispolitik wir vornehmen sollten und mit diesem Modul können wir eine Simulation des Transaktionspreises durchführen mit der Möglichkeit von Preisänderungen. Okay, und hier haben das Diagramm der Genehmigung und Preisänderungen. Alles startet hier mit Datenexport für wiederholbaren Gebrauch. Das heißt, wir füllen die Daten ein im System, werden wir auch in einem Moment sehen und wir machen unsere Änderungen hier außer SAP in einer Excel-Datei, dann, wenn wir schon die Änderungen gemacht haben, uploaden wir die Daten für sogenannte geplante Preise, das sind noch nicht die Preise, die real im System sind und dann prüfen wir die Preiskontieren nach, wenn wir tatsächlich solche Änderungen machen wollten. Dann, wenn wir schon die Änderungen im System haben, müssen wir an Benutzer mit Autoriersatzberechtigungen weitergeben, das heißt Genehmigungsworkflow und wenn wir schon sicher sind und der Prozess durch alle Stufen der Genehmigung gelaufen ist, dann Systempreise wurden durch geplante Preise ersetzt und die Läufe können wir auf jeden Fall wiederholen und auf denselben Läufen arbeiten. Okay, das ist das Diagramm für Prozesslauf wir müssen zuerst Preiskonditionen exportieren dann in Excel bearbeiten dann müssen wir zurück in SAP die aktualisierten Preiskonditionen uploaden und hier haben wir zwei Möglichkeiten wir können die Genehmigungen entweder als Standardmethode vom Pricing for Profit Profit steuern das heißt wir müssen Status nachprüfen und Status aktualisieren oder wir können den zweiten Weg auswählen und mit Workflow auf Genehmigungsebenen arbeiten erster zweite Preisewert genehmigt und wenn wir schon sicher sind die Änderungen im System korrekt sind aktualisieren wir der Preiskonditionen im System Ok jetzt stellen wir die Funktionalität im SAP Demo System vor Ich lade mich ein ein Augenblick So wie ich bereits in der Präsentation erwähnt habe der grundlegende Wandel ist das zentrale Cockpit hier und im SAP Menü das offenbar alle Vorteile der Vorgänger Version umfasst und auch eine Reihe neuer Verbesserungen in der Funktionalität und zusätzlichen Tools bietet in der neuen Version wie gesagt haben wir die Möglichkeiten Preisänderung Szenarien Preis Management und Transaktionspreis Simulation machen und wir starten das Cockpit hier und am Beispiel eines neuen Preisänderung Szenarios stelle ich Ihnen eine umfassende System Funktionalität vor so klicken wir hier haben wir das Zentralkockpit und unter Schritt 1 müssen wir alle Felder hier ausfüllen ausfüllen das sind die Mussfelder Verkaufsorganisation wäre 1000 Betriebskanal 4 Konditionstipp auf welchen wir arbeiten möchten ist ZBFB und Zukunftsfolge 305 und das System weist auf heutigem Datum um hin das ist 20.3 und das ist das Datum für welche werden wir die Preislisten aus SAP herausziehen und diese Preisänderungsdatum ab und bis sind die Änderungen wenn wir schon die Preise aktualisiert im System haben für diese Daten wird die Änderung durchgeführt so lassen wir wie es hilft und ändern wir Materialien Unterschritt 2 können wir zusätzliche Filter ausfüllen wir möchten zum Beispiel Material 220 bis 225 machen für Auftraggeber 4x4 und hier haben auch dynamische Konditionen wenn die Felder die nicht in Zukunftsfolge sind zum Beispiel 306 gibt es preislistende Währung und so weiter die Felder die nicht hier sind dann hier unter dynamischer Selektionswälschirm zu auswählen so wir können hier weiter die Datenrestriktionen machen aber folgen wir weiter mit 305 ja und sind wir hier auf Laufverstärkung Schritt 3 legen wir ein neues Szenario einen neuen Lauf an wir müssen eine Laufbeschreibung angeben zum Beispiel Test 20. 2018 ok ok und das System gibt eine neue Laufnummer automatisch ein das wäre 136 hier haben wir unsere Beschreibung und den Status wir sehen dass wir das weiter in Excel in einer Excel-Datei verarbeiten sollten so Schritt 3 2 gehen wir weiter zum Schritt 4 wir möchten Datenexport nach Excel machen so das wäre zum Beispiel Test.de 20.03.2018 wie gesagt wir möchten die Preisänderung in Excel machen so starten wir die Excel-Datei wir haben solche Kolumnen hier wir können auf jeden Fall die Kolumnen hier noch anpassen nach belieben und die Felder die uns interessieren am meisten ist der Wert alter Wert der Kondition in diesem Fall ist das 66 55 50 und so weiter und wir möchten hier neue Wert das wäre zum Beispiel 70 60 21 und zum Beispiel wir haben uns entschieden dass in diesem Fall wir lassen das Material 225 wie es war wir füllen das Feld nicht aus und was ist noch wichtig wir möchten auch die Daten steuern so dass sind die Daten vom System altes ab und altes bis Datum und wir möchten zum Beispiel die Kondition hier nicht von heute ändern sondern zum Beispiel zum ersten April zuerst und in diesem Fall am 1.5. zum Beispiel ok speichern wir die Datei und jetzt zurück zu SAP wir haben die Excel-Datei erstellt verarbeitet wir wollten jetzt die Daten uploaden wenn wir zufälligerweise einen anderen Excel-Datei auswählen zum Beispiel hier System popt ein Error auf ein Fehler das gewählte Excel-Datei ist anders als für Szenario generiert das heißt wir können keinen schlechten eine schlechte Excel-Datei laden machen wir weiter mit der richtigen Datei ok falls es ist auch verwendbar dann können wir die Datei hier anhängen und auch anzeigen aus dieser Stelle so jetzt wenn wir die Daten schon geladen haben können wir eine Simulation durchführen das heißt das ist der Transaktionspreis hier so wir arbeiten hier an ZBFB wir ändern nur den Wert von ZBFB nur Kalkulationsschema ist niemals nur eine einzige Preiskondition wir können zum Beispiel andere Zuschläge und Abschläge haben in unserem Fall haben wir noch einen Rabatt in Höhe von 9 Euro in diesem Fall das ist der alte Transaktionspreis in Höhe von 60,06 Cent und wenn wir den Wert von 66 Euro nach 70 Euro erhöhen dann der neue Transaktionspreis ist hier wäre eigentlich die die Preiskonditionen sind noch nicht im System geändert wäre das 663 70 Cent und das können wir für beliebig viele Preiskonditionen machen Materialien eigentlich nehmen wir an dass das sind die Änderungen die wir machen möchten so zurück und mit diesem Schritt Schritt 5 können wir an Genehmigung weitergeben die Preise so starten wir das ja und sehen wir bei SAP Business Workplace jetzt dass wir eine neue Workflow Item bekommen haben gerade jetzt 10 Uhr 29 wir können das Item anklicken und wie wir in der Excel Datei gemacht haben wir haben drei Preiskonditionen Materialien geändert jetzt sind wir bei dem ersten Genehmigungsniveau und zum Beispiel wir möchten die Person die dafür zuständig ist will doch nur zwei Materialien ändern und der dritte so lassen wir die Preisänderung bestätigen normalerweise das wäre eine andere Person und diese Person kann noch einmal die Preisänderung Simulation hier machen so wir nehmen an dass alles in Ordnung ist und wir die Preisänderung bestätigen ja wir müssen das noch einmal bestätigen ist reversibel das heißt das erste Genehmigungsniveau ja hier gehen wir zurück zu unserem Cockpit 1 2 6 ok dann nächste Person sollte die in das Workflow bekommen als Item und zweite Person soll das weiterleiten aber aber wie wir wie ich das gezeigt habe wir haben zwei Wege wir können entweder das als Workflow machen oder hier direkt in dem Cockpit so wir nehmen an dass wir das im Cockpit machen und wenn wir das hier in Cockpit machen möchten das würde der Schritt im Workflow beschreiben übernehmen wir an dass wir das machen möchten ja jetzt noch einmal haben wir bei dem ersten Niveau nur zwei Materialien geändert und machen wir weiter in unserem Beispiel haben wir nur zwei Niveaus Genomierungsniveaus wir können aber beliebig viele konfigurieren wie nach geschäftlichen die geschäften wie das geschäftlich sein sollte ok die Preise wurden genehmigt jetzt machen wir eine machen wir das noch ein das heißt wir haben die Preise so geändert im Excel jetzt möchten wir sehen ob wir tatsächlich die Preise geändert im System haben so Preislisten VK13 für Konditionsart PFP für die Schlüsselkombination Kunde und Artikel mit Freigabestatus für Verkaufsorganisation Betriebsweg und Kunde Artikel haben wir auch 220 225 und ja so haben wir einen neuen Wert für das Material 220 Material 220 so wir haben das für den ersten April gemacht 2018 so wie wir das hier sehen das ist jetzt gültig diesen Wert bis 31 3 so klicken wir zweimal für Periode und bis 31 März ist das tatsächliche 66 Euro und neuer Wert wir auch hier gemacht haben ab 1 April 2018 70 Euro ja ok und haben wir auch noch einen weiteren hier das Material 223 der Wert war 55 haben auf 60 erhöht und wie wir sehen auch hier das ist bis 30 fährten gültig und ab 1 Mai ist der Wert wie wir auch angegeben haben 60 Euro so gehen wir zurück zu dem cockpit unserem Lauf und haben wir noch ein Protokoll die Verlaufslogs alles wird protokolliert das heißt wir haben Kontrolle über was gemacht worden ist so der Lauf wurde erstellt mit dem Nummer und unserer Beschreibung zweiter Schritt wie die Excel Datei bis der Name der Excel Datei und eine Information das Workflow wurde gestartet dritter Schritt das erste Niveau wurde von diesem Benutzer bestätigt und als letzter Schritt das heißt wir haben die Preisen für den Lauf noch einmal bestätigt das war die finale Bestätigung und auch für welche Artikel mit altem Wert und neuem Wert und Info dass wir den Lauf beendet haben ok das wäre Präse so danke ihrer Aufmerksamkeit und falls Sie noch Fragen haben da sind die Kontaktdaten von SMB ja vielen Dank vielen Dank nochmal von meiner Seite und danke Herr Ehrlich für die wirklich interessante Präsentation wie ich auch anfangs zum Webinar angesprochen hatte bekommen Sie natürlich die Präsentationsfolien wie auch die Aufzeichnung von unserem Webinar nochmal per E-Mail zugesendet die Fragen die Sie jetzt haben ich habe gesehen es sind auch schon einige Fragen in unserer Konsole die werden wir Ihnen natürlich im Nachgang gerne beantworten spätestens innerhalb der nächsten ein bis zwei Tage sofern Sie auch nochmal Interesse haben sich individuell mit uns im 1 zu 1 Gespräch eventuell auszutauschen können Sie sich auch gerne bei uns melden ansonsten bedanke ich mich bei Ihnen recht herzlich für Ihr Erscheinen für das zahlreiche auch an Herrn für die interessante Präsentation für das Webinar und dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall noch einen angenehmen Tag eine gute Restwoche und bis bis bald zum nächsten Webinar auf wiedersehen bis zum nächsten Vielen Dank.